Konnichiwa, Bitches! Die Lutez-Maschine bei... hier, ne? Bioshock-Inflit und so, ihr wisst das schon. Wenn ihr es nicht wissen würdet, dann... würde ich mir Sorgen machen. Warum ist hier so dunkel? Untersuche die Lutez-Maschine. Warum muss ich hier sein? Was muss das mit Sally zu tun? Du weißt, nicht wahr? Es noch nicht passiert? Ich habe dir gesagt, ich kann das nicht tun. Konzentriere, Elisabeth. Nein, die Tür sind geschlossen, da... Die Lutez-Maschine. Ich benutze die Lutez-Maschine, wenn sie eine Stadt fliehen... Es kann eine Pris-Maschine fliehen. Ich kann nicht öffnen Tears, aber wir können diese Geräte nutzen, um nach Kolumbien zu finden, um eine Partikel zu finden. Aber es wurde vandalisiert. Du wirst es fixen. Sicher. Du weißt, mein Tower didn't come stock with the Lutez-Device-Repair-Manual. Du wirst es fixen. Ja, ich... Elisabeth. Du wirst es fixen. Okay. Okay, es muss hier ein paar Informationen sein. Okay. Naja, ich meine, sie ist ja ein cleveres Mädchen, ne? Hm. Puh. Die kriegt das bestimmt hin. Und ich meine, wenn ein Booker, der nicht Booker ist, sondern irgendjemand anderes, ne? Und hier ist ja alles so wibbly-wobbly-timey-wimey-Stuff. Äh, wenn der sagt, you will fix it, dann glaube ich ihm das auch. Genauso wie die Lutez-Maschine am Anfang wussten, dass er nicht rudern wird. Saure Gurken essen. Die sehen voll widerlich aus. Bah. Braue ich doch auch gar nicht. Ich habe doch Gesundheit voll. Gut, wie legen wir das Ding jetzt wieder zusammen? Ähm, Jot. In der selben-timey-blue-Dress. Was? Und den komischen Gebäuden erzählen sollen, die ich in den Wolken schweben sah. Und erst recht nicht von diesem Mädchen, das eines Tages aufgetaucht ist, in diesem altmodischen blauen Kleid. Okay. Okay. Wie heißt du Morris Laudermann? Der hat uns verpetzt? Oder was? Was ist da los? Bah. Was ist das? Was ist das? Das gefällt mir nicht. Flackernde Bilder gefallen mir nicht. Problem. Big Daddy will not imprint on the little brats. Yet Fink succeeded in imprinting his disgusting bird on his subject. How has Fink, this stupid man, succeeded where Suchung failed? If Suchung could obtain her sample of Fink's subject, Suchung could determine Delta of genetic material with little sister. Proof is in DNA pudding. So, so. So, jetzt geh ich mal hier hin. Das hab ich extra übersehen. Das sind elementen. Sodium, Titanium. Warum würde diese auf schematik sein? Für... Es ist Code. Ein Visionärer Cipher. Wenn wir das Hydrogen als A, und Iron, das 26 Element als Z ist... Du immer brauchst ein Code, Kiyo. Es ist hier. Es ist nicht so, dass die Fallibilität der Ego-Maniac ist. Das ist nicht so, dass die Fink-Maniac ist. Das machen, das ist nicht so, weil das Mänac schnitziert. Das ist nicht so, dass alle Arme gefolge seem zu lassen. Das ist nicht so, dass die Fink-Maniac ist. Also, einen Kamin, einen Tonnen schnitzieren. Das ist ein fein-Maniac ist. Das war gerade eben extrem... ...ein favor. Sherlock Misses. ...ein favor. I don't suppose have conjured up the miracle you promised yet. I'm working on it. I'm gonna need some Old Man Winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, Old Man Winter's the only thing that keeps their batteries from bursting into flames after five minutes. Thanks. Think nothing of it. But it's the last favor you'll be getting. Wo war denn der Verkaufsautomot? Da lang muss ich, okay. Oh oh. Hm. Was? Moment. 1, 2, 1, 6. Was war es? 1, 2, 1, 6. Na, das war nicht stark. Mist. Das hier wollte ich machen. Die reden miteinander, da fliege ich doch auf, wenn ich einen abknall, oder? Wo lang muss ich genau in die Richtung, wo die sind? Ich habe Angst, ich gehe erstmal in die Richtung. Moment, ne, hier war ich doch erst. Da brauche ich ja gar nicht lang. Wo ist der Big Daddy? Oha. Oha. Okay, da hinten ist jemand. Old Manwinter. That's how we call Su Chang's machine. You'll hold it till you get home. Those tramps rub themselves all over the seat. Oh. Shit. Wo ist sie denn jetzt? Muss ich da rein? So, hoch. Machste Yoga? Das ist aber nett. Aha. Das ist er. Das ist er. Was ist das denn? An die Tür klopfen. Okay. Wow, nette Menschen. Ich werde bekloppt. Okay. Oh, hi. Na, was guckst du da an? Ach, guck mal, die drucken hier irgendwelche Osterchen. Das darf ich doch auch noch mitnehmen, oder? Okay, direkt das nächste. So, äh, so Atlas asked me to figure out where to strike first when we bust out of this place. But, you know, it all depends on when we get out. You know, November 5th, it's a big founding of Rapture Shindig at Fort Frolic. Valentine's Day, you know, Arcadia is real popular. So, man soll mich ja auch ein bisschen sehen, ne? Was, weswegen ich hier stehen geblieben bin? Äh, ist das da, was ist denn das da oben? Ist das, ist das Rapture? Dann sind wir nämlich ganz schön weit weg, sind wir gerade mehr in so einem Vorort, so Suburb. Jaaa! Meine Fresse. Die... Haben wir doch vorhin schon gesehen, jetzt auf einmal. Äh, message received, Ryan. Gucken wir uns das mal an. Also, taken the... W-w-w-schauen wir uns einfach an. The time has come, brothers and sisters. Did you want to keep climbing Andrew Ryan's ladder? Just to watch him knock it down as you're reaching the top? The cards are stacked. That's a bunch of fine words. If there ain't deeds to back them up. Rapture was supposed to be different. But the only thing that separates it from the slums of New York or Glasgow are about a million gallons of salt water. Ryan sent a clear message when he had Frank Fontaine put down. It's time all you learned your place. I tell you what, Ryan. Message received. Loud and clear. And here is what the people of Rapture have to say to you. If you won't give us what we want, we are more than happy to come and take us. Okay. Da is jemand sauer. Da is jemand richtig, richtig wütend. Okay. Got it. So. How do I need to find Old Man Winter in a CO2 scrubber? Huch. Kann ich da jetzt vielleicht auch richtige Sachen dran kaufen? Ah, Lockpicks kann man auch kaufen. Ja, super. Munition für Schrotflinte. Wollen wir auch nicht. Ich hab eigentlich... Munition hab ich eigentlich mehr als genug. Ich glaub, dann hol ich mir doch mal. Ja, komm, so zwei Stück holen wir uns mal. Okay, da ist das, was wir uns holen sollten. Das möchte ich aber noch gar nicht. Wollen wir doch erst mal gucken. Ha. Hm, was... Wer morst denn da? Was wird denn hier gemorst? Ich glaub ich hol mir jetzt doch erstmal... das hier. Yep. Kenn ich schon. Will ich aber nicht. Ups. Ich will das hier weiter aktiv haben. So, was ist denn das jetzt? Hm. Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Su Chong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. What's that all about? Alle vier codierten Übertragungen finden. Ach du liebe Güte. Ah, Lockpick. Ja, gucken wir jetzt haben wir sieben Stück. Hätte ich mal... Keine kaufen brauchen. Sam? Who the hell are you? Holy moly. Moment. Hallo? Daumen-taste vielleicht? Ah! Say! Who's that? Oh! Oh, jetzt fallen hier meine Freunde auf. Oh, oder? Oh! Shit! Ach man, ey. Jetzt hab ich die schönen Pfeile hier verschossen. Das ist doch dumm. Mann! Toll. Super. Kann ich vielleicht nochmal zu dem Automaten... Wo war der eigentlich? Hier. Wenn ich da... Warum... Kann ich die hier nicht mehr... Equipen? Jetzt muss ich hier die ganze Zeit mit der dummen Schrot rumrennen. Das ist doch albern. Bis ich wieder irgendwelche lustigen... Anderen Pfeile finde. Nur weil der blöde Plasmid nicht gezündet hat. Und ich dann zu blöd war, direkt auf die Schrot zu gehen. Ich bin halt auch kein Waffen-Fan. Kommt hier noch erschwerend hinzu. Ich bin schon richtig, ne? Shit. Ja komm, ich muss dich ja übern Haufen ballern. Ich hab noch gar keine Wahl. Ist ja nicht so, dass ich ne Wahl hätte. Ja gut, ich kann auch ranschleichen und mit V und so. Da oben kommt grad der Big Daddy her. Ich weiß auch nicht, ob ich die ganze Zeit überschleichen muss. Ich weiß auch nicht, ob ich die ganze Zeit überschleichen muss. Oh, 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 oh. Muss ich da rein? Nein, natürlich nicht. Oh. Alter, diese Schritte überall. Shit, shit. Shit, shit, shit. Nein. 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 Nein! Was, was, was? Da ist nichts gemacht. Geh weg. Oh, hier musste ich doch hin, oder nicht? Es muss da rein. Man sagt mir das doch einer. Bisschen früher. Upsi. Was? Ihr wisst gar nichts, Mann. Dass die auch immer anfangen muss zu haben? Eine Sache, die ich liebte über Rapture. Viele neue Bücher zu lesen. Es wird eine langweilige Bathyspher brauchen. Etwas, wo das CO2-Bild-up die Submersible-periode limitieren würde. Ach, die Musik! Ich guß da ein bisschen, was hier denn los? Perly Gates. Fabers Tochter. Ah, gut. Angst. Ich bin nicht mehr. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Vielleicht so. Ich bin nicht du, Booker. Ich bin ein Wachhörer. Ich bin nicht mehr ich. Ich bin nicht mehr ich. Keine Schrauben, keine Umnischaft, oder was du es nennen willst. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Aber nur ein bisschen für Bücher zu lernen. Und ein paar Lockpick. Naja, handvoll. Wir haben schon ganz ordentlich Wackpits, würde ich sagen. Oh, weh. Was ist das denn? Tauchen wir auf? Das ist doch so eine Tauchkugel, oder? Das ist doch... Ich glaube, das schaue ich mir jetzt dann gleich mal an. Ihr seht das aber erst im nächsten Part. Ach, schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt nicht sauer. Und ja. Ne? Denkt dran. Wenn es euch gefallen hat. Ich zwinge ja keinen dazu, aber es wäre halt echt nett. Weil ich mache das auch, wenn mir Videos gefallen, dass ich dann... Ne? Kommentiere und Daumen hoch gebe. Wenn mir dann irgendwie ein Kommentar dazu einfällt. Ich weiß, ich kenne das. Ich bin auch selber sehr Kommentar-Faul und schreibe halt meistens nichts. Aber wenn mir was einfällt, ich sitze auch das Öftere da und überlege bewusst, was ich denn da jetzt kommentieren könnte. Weil man halt weiß, dass das irgendwie... Man findet das halt, ne? Ich laber dummfug. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Bioshock Infinite Burl at Sea Episode 2. Bis dann. Wir sehen. Ich bin die Lady. Bis dann. Bis dann. Bis dann.